Warte, könnt ihr mich winken sehen? Ihr seid sehr geil. Oh mein Gott. Ihr seid super. Du bist auch sehr geil. Leute, Leute. Ihr seid extrem geil. Es war eine Schnapsidee zugegeben, aber ich konnte nicht allen antworten. Social Media hat versagt und ich habe euch nicht wiedererkannt. Photoshop, ich habe auch die Gesichter nicht mehr bekannt, eure Namen nicht verstanden. Ich dachte, das ist eine kleine Geste hier vom Balkon aus, euch zu beobachten. So sieht man sich mal, so trifft man sich mal. Hallo Fans, ihr seid sehr, sehr geil. Winkt mal zurück. Ihr seid sehr, sehr geil. Ihr seid so geil wie dieser Kiosk, wie diese Stadt. Wir haben einen Moment gerade. Ich bin überwältigt. Könnt ihr mich hören? Geht so, ne? Und wenn ihr eines Tages vor dem Spiegel steht, dann sagt euch selbst, mein Gott, bist du geil. Und wenn ihr es dann richtig drauf habt, dann geht zu jemandem, den er gut leiden könnte und sagt, hey, du bist sehr, sehr geil. Und ihr werdet sehen, die Welt wird geil. Alles im Sinne von schön. Habt ihr das verstanden, das Prinzip? Ich kann euch schlecht hören. Oh mein Gott, seid ihr klar. Was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Ihr müsst immer bedenken, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um perfekt zu sein. Aber wir lieben Perfektion. Und wenn ihr in die Welt hineinruft, hey Welt, du bist sehr, sehr geil, dann wird die Welt geil. Also perfekt. Könnt ihr euch das merken? Ja! Sehr gut drauf. Lasst uns ein wenig schweigen und winken. So viel Liebe. Oh mein Gott. First kommt love. Hey du. Ja du. Oh mein Gott. Und eines Tages fliegen wir auf goldene Zeppeline. Wenn wir es gemeinsam wollen. Ja so könnte ich ja noch Stunde lang drehen. Ihr wisst, es sind nur böse. Im Kern geht es um die Dinge, die mit super geil beschrieben werden. Und wo? Alles ist so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.